Hallo und willkommen zurück bei Staglands. Wir brauchen Plank dafür, um Dings zu machen. Ja, das letzte Mal war es ein bisschen anstrengend am Schluss, weil wir haben sowohl Goblins als auch Wölfe, also eine Riesenratte gefunden und die waren alle irgendwie drauf aus umzubringen. Aber wir haben es geschafft, wir leben noch alle. So, schau mal. Essen haben wir eh mehr als genug. Oh, wir haben einen Brick. Oh, wir haben einen Poop. Äh, da gehen wir den Mushroom noch auf den Poop drauf. So, gut, äh, du bist auf den Rock, du bist auf den Apfelbaum wieder. Und sobald wir da die Plank haben, die könnten wir da runter setzen. Noch ein Poop. Und so. Kommt da zusammen runter. Ah, was setzen wir auf den Punkt? Außerdem, ich habe total vergessen, wir können Brüchten aus Äpfeln und Beeren einen Fruchtsalat machen, was auch ganz nett ist. Okay. Ups. Ah, ja, stimmt. Fruchtsalat. Bring 5 Geld und 3 Essen. Zum schlimmsten Fall waren die auch gekauft. Machen wir mehr Beeren. Du hast eine Plank gemacht. Und jetzt zu deinem Lumberyard. Nein, 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 nein. Du musst jetzt eine Farm. Haha. Genau das machen wir. Mhm. 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 Du machst mir jetzt... beziehungsweise was du auch machen könnte du kannst mir was war coin and our berry ok wartet mal folgendes wir können als erstes zwar wir können wir können ein stew machen und zwar brauchen wir potato raw meat und onion und carrot gibt es raw meat noch was anderes denn wir können sie aufs campfire geben damit gebraten machen wir doch klar dann ist es nicht mehr raw meat sondern bessere briggs iron bar warte mal gewollt noch einen warehouse bauen denn geht einmal stone einmal iron bar das ist einfach nicht mehr rechtzeitig fertig aber das stört nicht weil wir haben praktisch keine karten übrig ich jetzt fliegt ja finden wir die villages wie lange haben wir diesen mountain immer und ewig hier oder eine farm mir fällt gerade ein mir fällt gerade auf wir haben von all diesem zeug nichts mehr mehr für bäume du gehst mal da Das ist hier. Mirsch. Einfach Milkshake. da geht mir hierher irgendwie gehen uns jetzt wieder die sachen aus lustig viel zeug und dann hat man wieder wenig sondern das heißt wir werden noch einmal auf explorers gehen shake Wir warten noch, um das aufzumachen. Und zwar machen wir jetzt auf. Noch ein Busch. Slime. Der Slime macht aber nur einen Schaden. Village. May contain two undiscovered cards. Coin, villager. Uh, wir könnten villager finden. Treasure Chess. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Interessant. An einem Slime wurden mehr Slimes. Finde ich gut. So, um hier herangehen, damit wir besser lesen können, was da passiert. Dann machen wir einen Iron Bar. Die beiden Bricks. Schau was an. Okay, villager, du hilf damit ein wenig. Poop. Oh, ein Ei. Ein Ei. Yes. Das ist gut. Gut. Na dann. Machen wir als nächstes. Als nächstes bauen wir wieder irgendwas. Würde ich fast sagen. Was brauchen wir als nächstes? Vielleicht, ähm, eine Mine. Das andere haben wir alles eigentlich relativ gut jetzt. Wir brauchen das jetzt. Blind. Ein Wood. Wind. Stone. Und Wood fehlt noch. Ich überlege gerade. Ach so, wir könnten eigentlich einen Moment draufklicken. Das ist keine schlechte Idee. Und das alte Village auch noch gleich überprüfen. Ähm. Wir könnten auch seitdem einen Snowball. Oh, das hätten wir sogar alles. Wir brauchen Iron Bar, Flint, Brick. Und dann entsorgen. Hm. Wir brauchen ein paar Mal. 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 Vielen Dank. Oh, da ist ein Apfelbaum. Und eine Farm, auf die wir einen Zwiebel, einen Zwiebel für die Farm, dann kommt es da rein, auch noch einen neuen Deposit, nicht schlecht. So, was können wir noch kochen? Frittata, Campfire, Egg, Potato. Wir haben kein Potato. Wir brauchen Erdäpfchen. Die gibt es da drinnen. Immerhin noch ein zweites Ei. Baum, der im Normalfall besser geeignet ist, um Dings zu machen. Und Raw Meat. Okay. Und Erdäpfchen. Schade eigentlich. Campfire wird verkauft. Stove. Wir könnten ein Omelette einmal machen. Ja, also, da muss man mal ein Omelette machen. So, dann muss ich den Apfelbaum. Oder um den Baum. Ja, dann haben wir ihn mir. Ich glaube, es ist genug zu sehen, dass es uns holt. Das muss ich auch so machen eigentlich. Nein. Machen wir mal einen Break. Okay. Und was brauchen wir noch? Wutglock noch für die Mine. Kann das sein? Ja, Wut. Hauptsache, wir haben einen Haufenstöcke. Bibi wird bald erwachsen, damit wir da den Apfelbaum wieder angehen können. So, warte mal. Und... Mushroom. Und ja, den Omelette nehmen wir noch rein. Wutgills. 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 Ich hätte jetzt drei Stücke gewonnen auf diesen Baum. Und das anschauen. Aus bakın! Ich habe hier einen Dagnast Pil voll rebellion. Und das ist es auch drauf. Oh nein, da ist noch immer der Milkshake, den hätte ich vorhin reintun sollen. Jetzt wird er auf jeden Fall gepfuttert. Nehm ich mal an. Noch ein Bring. Sollen wir Holz machen? Oder Eier an die Post? Ja, mach mal Holz. Du hast nicht unwichtig. Okay, wir fieten unsere Freunde. Cooked meat, Milkshake, Fruchtsalat. Ja. Oh, ein Traveling Card appears. Okay. Wie wird das nochmal? Wenn wir ihm Geld geben, kriegen wir irgendwas. Oh, noch einen Key. Und ein Old Town. Ah, vielleicht haben wir da die Karte her. Vielleicht hat er wirklich da die Karte her. Sticks. Auch verkaufen. Wir haben zu wenig. Poop. Oh, noch einen Apfel. So, wir könnten aber auch schauen, ob wir noch Erdäpfel kriegen. Nein. Echt jetzt? Ach gut. Wieso kriegt man nie was mobil? Ärgerlich. Ja. 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 Es wird da auch... Wie haben wir hier zwei Fruchtfallate? so eine idea haben wir gekriegt haben wir irgendwo schon fruchtsalat bringt fünf und ein essen wieso bringt das drei essen interessant du gehst da in die eierndeposits könnte nicht das und wir brauchen nämlich eh noch dings für noch mal so viele es gibt noch den krieg ja ist das ganz gut und ist ich glaube die brauchen wir jetzt als nächstes mal weil die wandeln sofort hat wood und bell nimmt brick und nix um gute idee Dafür brauchen wir einmal Brick, einmal Iron Bar, das brauchen wir noch für den Brick Yard, einmal Wood, das hätten wir jetzt schon. Ich bin nicht sicher. Ich habe noch eine coin. noch eine karte sehr gut noch mal onion aus dem baby machen wir jetzt eine nix was wollten wir ein paar und was war noch was haben wir noch gebraucht für die sommer und dann ok mut daher tun ich jetzt das holz im alten village gefunden finde ich nicht jetzt mal in den quarry jetzt mal in den quarry du gehst du bist du bist du auswebauen noch ein baby noch ein apfel all right milch und dings dem haufen kohle explorer go to kiss ist schnell stein hier auch und gut noch so du gehst mir jetzt in dem quarry wir werden dich nicht braten du bist das ist ein sehr beruhigendes spiel jetzt hast du du kannst daher gehen man daher gehen ist steine gut somit auch gleich alles wird gut alles wird gut wir haben noch mal kacka noch mal ein apfel drauf wir haben einen korps gefunden ein dead human can't be sold können wir was können wir so mit ihm machen können wir leben können wir einen friedhof bauen das ist was neues das ist interessant okay also ich weiß nicht ob interessant das richtige wort ist aber okay warte mal bevor der nächste moon vorbei ist noch keine chit noch eine key und dann ein bar na dann fütteln wir mal So, außerdem wollen wir ein neues Dings dann auch bauen gleich. So, du kommst gleich in den Brickyard, Brickyard. Quickly turn stone into bricks, okay. Aber ein stone reicht nicht, wir brauchen mehrere stones. Du gehst da wieder her. Na, das weißt du uns brauchten wir. So, was machst du? Kannst du gar nichts machen. Das heißt, was wir machen ist, wir kaufen Zeug. Und zwar, was kaufen wir? Ah, Curious Cuisine. Natürlich, vielleicht kriegen wir doch noch irgendwann einmal einen Erdäpfel. It's a potato, yes. Berry bush, auch nicht schlecht. Es gibt Schlimmeres und dann, also ob wir nicht hier schon genug davon hätten. Das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, oder? Um den Brickyard zu beschäftigen. Aber immerhin, wir haben jetzt einen Potato. Und, oh, wir haben auch einen Apple Tree. Wo ist das? Hatten wir noch nicht noch? Also, kannst du das nicht mehr bearbeiten. Wir brauchen auch nur zwei Fontänen, um Dings zu machen, okay. Gut, Potato auf der Farm. Hey, wieder Milch. Ah ja. 1.2. Milch. Milch Shake. Milch. 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 noch ein milchshake mehr eierndeposits stop goblin sonst man sich doch sehr gut und in dem top wir würden ganz gerne noch ein warehouse dafür brauchen wir ein eier und was brauchen noch für das warehouse ich habe das und dann will ich auch noch mal poop vielleicht noch eine zweite quali und eine zweite number camp machen du musst du freund und zweckchen röster das ding die zurzeit nichts zu tun das bedeutet das machen wir mit dir was brauchen wir dann noch zu sein für die number camp und einmal gut und einmal sturm und für die kurie brauchen wir das heißt was wir brauchen sind steine und roh mit onion ist das was wir brauchen mit onion und eine karotte echt jetzt versuchen mal ein mushroom nehmen geht das dann auch nein mit mushroom jetzt nicht auch eine weitere ist eine karotte bitte sehr wohl ein witz oder stop nein nein ich kann Poutine. Mehr essen. gut 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 was noch ein korps zwei korps ist zusammen können aber was machen finde ich sicherlich eine in kein skater so irgendwas füttern wir die bildschuss gut ein graveyard oh cool was kann dort sein may contain two undiscovered cards bone, soil treasure chest, corpse dann würde ich fast sagen Herrschaften, an dieser Stelle machen wir Schluss und das nächste Mal untersuchen wir den graveyard yes